Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fortnite-Challenge, zu einem kleinen Oster-Special, auch wenn Ostern ja erst noch kommt, aber weil es jetzt schon Ostereier gibt, habe ich gedacht, machen wir nur mit Ostereiern, als Heal-Item gewinnen und ja, zuerst wieder ein bisschen Highlights und dann wieder das normale Video. Gerne den Kanal abonnieren, leichter lassen und viel Spaß beim Zusehen. Eins, das darf ich alles nicht benutzen. Boah, da hat er mich fast gesniped. Das hätte gefährlich werden können. Sehr schön. Der denn für eine Waffe, bitte? Das ist der Bob, glaube ich. Oder ja. Und raus, sehr gut. Ich kann grad nicht schießen. Kein Full-Damage bekommen. 30, 105, sehr schön. Und raus. Boah, der war schön, der Kill. Der war wirklich köstlich, der Kill. Runter gesprungen, One-Shot, raus mit den Gegnern. 150 Schaden! Digga, oh mein Gott, was? Ich bin, also das ist, also, wie kann das 150 Schaden machen? Und... Muss ich das jetzt so akzeptieren? Oder tot. Der fährt einfach gegen den Boss, der Brie. X-Rais. Jetzt ist die Frage, wo ist der andere hin? Da ist er. Sehr schön, Nummer 3. Sehr schön. Ja, ich hab dieses MP gesprungen. Ja, und der hat natürlich eine exotische, wie denn auch sonst. Also. Das ist doch schwieriger als gedacht, aber... Kriegen wir schon irgendwie hin. Mit den Nur-Eiern. Das ist natürlich, also, dass der andere natürlich jeden Hit durch die Wall getroffen hat. Mies. Mit dem Baum, mies. Aber, ja. Also gut. Beim zweiten Spiel hätte ich besser. Ich hätte halt mehr Heal mithaben müssen eigentlich, aber es... Die Hühner haben wir halt nicht so gegönnt. Loottechnisch ist, ja, ganz okay. Eine bessere... Eine bessere... Ah ja, wäre noch schön, aber sonst... Ja. Können wir eigentlich... Auf die Suche nach den... Osteiern machen. Doch, da drüben sind wieder Osteier. Oh mein Gott. Ich glaube, die Hühner haben einfach fixe Spawnspots. Bitte, ist das ein grünes Huhn? Es ist ein grünes Huhn. Egal, als ob das kein Hit ist. Jetzt aber. Endlich. Eieiei, hat das lang gedauert. So, jetzt gehen wir da mal zum Loot. Dann können wir wieder zurückgehen. Die Osteier sammeln. Nämlich noch Vollheal. Und dann ist gut. Okay, da ist eh schon wieder Full Life. Die 60 Schaden hat... ...wieder weggemacht. Schildkrieg. Und raus. Sehr schön. Vielen Dank für die goldene MP. Auf, geh, auf, geh auf. Sehr gut. Oh, natürlich so ein... Mutz ist es einfach natürlich, eigentlich. Aber ja. Kann es nicht ändern. Wenn das Spiel sagt, es soll nicht weiter rauskommen, dann... Aus. Sehr gut. Das war es auch mit dem Gegner. Jetzt auch raus. Keine Ahnung, was er da überhaupt gemacht hat. Danke für die mythische Shotgun. Der ist raus. So schön. Einer weniger schon mal. War schön. War wirklich ein schöner Abschuss. Muss man schon würdigen. Den Abschuss. Das ist natürlich die Frage. Da riftet der eine. Dann sehe ich ihn jetzt nicht fliegen. Ein bisschen mehr Osterer wäre noch ganz schön. Aber das sind überall nur die blauen. Wer ist da unten? Schönen wir den mal. Ah, der movet hier. So. Gehen wir uns noch ein bisschen in den Heilgrund durch. Und raus. Sehr gut. Dann sind es nur noch zwei Gegner. Das ist natürlich wieder die Frage, wo die chillen. Einer kommt da drüben. Der hat auch gut Hits reinbekommen. Jetzt ist die Frage, ist das der mit der Feuer-Sniper? Oder ist das nicht der? Dann nehmen wir nochmal die Eier mit. Da habe ich nämlich sechs Stück dabei. Das chillt der Mana-Base drin. Das ist neben Läden. Nein, nein, das ist nicht der mit der Feuer-Sniper. Der sonst hat mich gesnipet. Der mit der Feuer-Sniper ist also noch irgendwo anders. Der ist wohl noch irgendwo anders. Genau. Das ist also auf der Gegner. Das ist also auf der Gegner. Jetzt werde ich natürlich noch vom anderen Gegner geschossen. Jetzt wird der Geht noch. So, sehr gut, dass leider die Slav tränke. Digga, der hat ja gerade meinen Kill geklaut, oh mein Gott, muss ich mir mal die Eier gönnen. Ja, gewonnen, nur mit Ostheim gewonnen. Uh, war das knapp, Digga, ei, 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 mit sogar noch, oh man sieht es nicht hinter, mein Cover steht noch, mit der Frühlingsbescherung gewonnen. GG, schade, hätte eigentlich First Tribe werden können, wurde aber leider jetzt im dritten Versuch was, aber ja, dann vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Fortnite-Challenge, euer Blumierde, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.